Eben gucken, was hier am... Genau, die mobile Fahrzeugstation müssen wir unbedingt finden. Und... Das Konstruktionswerkzeug braucht einen Computerchip und einen Kabelsatz. Kabelsatz, das heißt, wir brauchen unbedingt wieder Silber. Computerchip heißt... Kupfer und Tischkorallenprobe. Okay. Kabelsatz können wir auch noch nicht bauen, weil hier glaube ich wieder alles reingeschmissen habe. Also Gold haben wir, Kupfer haben wir nicht. Gold ist da. Und Wasser ist jetzt schon wieder ein Problem. Und Essen. So. Passt wieder einigermaßen. Also wieder zurück ins Biom und Zeug sammeln. Bleibt nun mal nicht aus. Jetzt ist natürlich wieder dunkel. Es wird gerade dunkel. Das ist natürlich wieder blöd. Aber hilft ja nix. Silber brauchen wir, Kupfer brauchen wir. Und so oft wie wir jetzt da hinten hinschwimmen, wird es vielleicht wirklich ganz gut, da wieder die Basis hinzusetzen. Oder überhaupt die Basis da hinten hinzusetzen. Und dann kommt doch auch nochmal Licht hier, dachte ich. Doch, jetzt macht er Licht. Metall. Oh, da ist ein Fragment. Seegleiterfragment. Und da, ich brauche die Fahrzeugstation. Dit wär echt hilfreich. Ach, cool. Das sieht auch schick aus. Na, Titan. Naja, nehmen wir auch. Mutig im Dunkeln zu schwimmen, Herr Jollum. Wieso? Ist dann mehr Viecher unterwegs? Ist das eine Höhle? Außerdem, was soll ich sonst machen? Ich kann ja jetzt nicht die Nacht jetzt hier in der Basis einfach oder in der Rettungskapsel einfach verdödeln. Das ist, glaube ich, auch nicht sonderlich spannend. Gut, wie viel man jetzt hier sieht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Nämlich nicht so viel. Aber dazu haben wir ja die Taschenlampe dabei. Was ist das hier? Nur etwas ärgern. Okay. Stase-Gewehrfragment. Also gibt's doch mehr Waffen. Was macht denn das Stase-Gewehr? Das Stase-Gewehr nutzt patentierte Technik, um die Zeit, um ein Objekt herum fast bis zum Nullpunkt zu verlangsamen, soweit es die physikalischen Gesetze erlauben. Das Zielobjekt wird dabei zum Stillstand gebracht, ohne seine internen Funktionen zu beschädigen. Es wurde zur Vereinfachung von wissenschaftlichen und technischen Operationen entworfen und erweitert zu den Handlungsspielraumen. Ja. Verlangsamung von sich schnell bewegenden Teilen, zum Beispiel Keilriemen, um Wartungsarbeiten zu vereinfachen. Pausieren der biologischen Prozesse von Organismen zu Studienzwecken. Ah, das ist natürlich cool. Da kann man die besser scannen. Das ist natürlich wiederum praktisch. Und wieder runter. So, beides hat jetzt schon weniger als die Hälfte an Energie. Das könnte tatsächlich Silber gewesen sein. Das war Gold. Gold macht immerhin noch so ein Bing-Geräusch. Aber war jetzt Gold gar nicht das, was ich wollte. Auch mal sagen, ne? Gold. Silber wären wir lieber gewesen. Nein, man darf hier nicht, auch nicht zu wählerisch sein, natürlich. Braune Röhrenkoralle. Rotgarbe. Das sieht schon wieder so nicht vertrauenserweckend aus hier. Das wäre noch ein bisschen tiefer. Wir sind jetzt schon bei 130 Meter Tiefe. Spürt ihr den Druck auf den Ohren? Ich weiß gar nicht, wie tief man jetzt hier mitkommt. Aber bei 100 hat er davor ja schon rumgemeckert. Das ist, äh... Oder sie. Die weibliche Stimme. Ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. So, immer wieder hoch. Atmen. Ist das hier schon irgendwelche schönen Sachen? Ne. Oh, die ganze Zeit, die Geräusche im Hintergrund. Die sind aber auch riesig. Oh, alter Schweber. Das war, glaube ich, was die Tante da eben gesagt hat. Dass die wohl an Land gelebt haben. Oh, der ist einfach so an mir vorbeigeschwommen. Zum großes Viech. Äh, sind wir hier schon im anderen Biom? Das sieht alles irgendwie nicht richtig aus hier. Das sieht alles nicht richtig aus. Ja. Ach, den Kompass wollte ich ja auch noch bauen. Oh, den Kompass. Das wäre doch wichtig. Um sich so ein bisschen besser orientieren zu können. Wahnsinn, ne? Wie man sich hier im Dunkeln dann doch wieder... ...verirrt. Tatsächlich. Also, Pit, du hattest recht, mutig im Dunkeln zu schwimmen. Salz. Salz ist okay. Aber... Titan. Was haben wir denn jetzt hier schönes Gesammelt? Einmal Kupfer, zweimal Salz, dreimal Titan, einmal Gold, einmal Silber, einmal Lithium. Lithium ist auch neu. Okay. Für Likierungen. Ja. Au. Tut doch weh. Unerhört. Und wieder eine neue Nachricht. Also bisher war das noch nicht sonderlich, äh, ergiebig hier. Die... Ressourcenjagd. Aber irgendwie habe ich mich auch so ein bisschen verlaufen. Das hier ist nämlich ein anderes Biom. Hm. Ich brauche einen Kompass. Ich glaube sogar erst mal dringender als das Basisbaugerät. Also erst Kompass, dann das zum Bauen. Das haben wir hier unten. Das Kreatureneier. Ja. Das sah auch nicht nach Silber aus. Salz lasse ich erst mal hier liegen. Davon scheint es ja doch einiges zu geben. Da, 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 da. Kupfererz, jawohl. Wie viel Silber haben wir denn jetzt eigentlich dabei? Ein. Das ist zu wenig. Ein Silber ist noch zu wenig. Okay, ein Kabelsatz braucht ja schon zwei. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Kompass haben wollte. Das Kupfer. Noch mehr Gold. Silber. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Oh. Irgendwas greift mich hier wieder an. Ich kann nicht mehr atmen. Alles Mist. Ah. Luft. Und wieder runter. Immerhin habe ich das Biom hier wieder gefunden. Was ist das? Gold. Boah. Einfach mal so zum Abbauen. Kupfer. Weiß ich nicht. Könnte Silber gewesen sein. Kupfer. Titan. Ganz leicht wird es einem dann doch immer angezeigt. Aber auch immer nur ganz leicht. Was ist das? Das kann man scannen. Scanner Raumfragment. Okay. Komm schon. Oh. Ich muss mal eben hier so ein Essen. Puh. Hier noch mehr. Hier in dieser Box zum Beispiel. Guck. Man kann ja durch die Boxen schwimmen. Hier vielleicht. Nee, ist leer. Gibt's auch nicht. Hm. Na gut. So. Oh. Jetzt noch. Kupfer haben wir erstmal genug. Titan auch. Silber haben wir zwei. Dann würde ich sagen, schwimmen wir wieder zurück. Müssen das jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß nicht. Ist im Stream dann auch immer so eine Sache? Oder? Für YouTube dann. Let's play. Äh. Da kann man dann eigentlich mal eine Stunde einfach so. Verarmen. Oh. Ich habe auch schon wieder Durst. Verdammt. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Ja, die Batterie ist fast leer. Aber ich lasse sie natürlich erstmal ausgehen, bevor ich wieder nachlade. Eine Batterie haben wir dabei. Und ja, es ist überall Wasseraussel, aber es ist leider nicht so genießbar. Verdursten war auch damals auf offener See. Oder ist es auch heute noch? Jo, jo. Ähm. Ich glaube, Essen habe ich genug zu Hause rumliegen, ne? Aber... Den brauche ich jetzt nicht. Äh. Ein paar Blasenfische wären schon noch nett. Ich konnte mich aber nicht beherrschen, um das nochmal mitzunehmen. Einfach tiefen Schluck nehmen und rein in die Lunge damit. Ja, das ist eine alternative Schiene. Die kann man natürlich machen. Einmal. Und dann ist alles gut. So, jetzt brauchen wir hier wieder Blasenfische und es ist keiner in Sicht. Ich könnte sagen, kein Schwein zu sehen, aber das stimmt ja nicht. Also schon, kein Schwein, aber halt auch kein Blasenfisch. Tja. Hätte, wenn der noch kein C5 hat. Gerade... Nicht so. Ach ja, Tischkorallenproben brauchen wir noch. Ich weiß nicht mehr wofür. Aber ich verbrauchte zwei. Ähm... Ey, das gibt's doch nicht. Wir müssen verdursten. Ich schwimm... Adadadadadadadadadadaa. Wo sie hin? Da. Oh, Wasser. Aber einer ist natürlich ganz schön wenig. Ich schwimme jetzt trotzdem mal zurück, dass zumindest die Gegenstände in Sicherheit sind. War da noch einer? Ich habe da endlich mal aus den Augenwinkeln gesehen. Nein. Und wir dann schon mal einen Schluck Wasser trinken können. So. Gefiltertes Wasser. Sehr gut. Zack. Naja, 46 ist ja schon mal okay. Dann machen wir hier nochmal eine gekochte Nahrung. Hier so einen Reiffisch, den wollte ich auch nochmal probieren. Der macht 23. Ich esse niemals die Fühler. Ja, plus 23 Essen, plus 2, plus 3. Gut. Wasser. Also, das sollten wir dann schon nochmal im Auge behalten mit dem Wasser. Jollum der Gummell. Ja, war so richtig. Kompass. Hier ist es, glaube ich, unter Ausrüstung. Kompass. Einmal Kupferdraht, einmal Kabelsatz. Das ist natürlich auch ganz schön teuer. Kupferdraht. Alles mal probieren, natürlich. Vielleicht ist es ja der Imberfisch, der einem hier alles wieder voll auffüllt. Naja, wahrscheinlich nicht, aber... Was mache ich denn hier? Äh, Werkzeuge. Nein. Ausrüstung. Kompass. Jawohl. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Kompass. Und für das Basisbaugerät braucht man... Das war auch schon Wahnsinn, ja, wie viel Zeug das hier gibt. Konstruktion, auch einmal Computerchip und einmal Kabelsatz. Kupferdraht brauche ich nochmal und Silber. Moment, habe ich nicht Silber dabei. Ach, verdammt, wir müssen wieder Silber sammeln. Oh, immer diese Silber sammeln. Salz. Gold. und voll. Ich mache da mal eben irgendwas draus. Das, das nimmt einfach zu viel Platz weg. Hier machen wir hier Silikongummi draus. Und nochmal Silikongummi. Keine Ahnung, ob wir Silikongummi brauchen, aber es nimmt weniger Platz weg. Oder auch nicht. Ach, verdammt. So ein bisschen. Nee, bringt überhaupt nichts. Na super, okay. Hat überhaupt nichts gebracht. Perfekt. Lithium. Dann können wir noch zwei Kupfer reinschmeißen. Wir brauchen dann dringend Silber. So, dann hören wir doch mal hier, was der zu sagen hat. Aurora, das ist Sunbeam wieder. Und wir haben, wir haben gerade eine großartige Debris-Führung in deinem Ort. Ich weiß nicht, wie viele von euch... Ich weiß nicht. Wir sind jetzt in Richtung zu deinem Ort. Wir werden dich zurückziehen. Sunbeam aus. Was noch etwas kann ich sagen? Die einzige Mal, ich war das großartig, auf ein Rock, das kleine, war in VR. Und ich verabschiede es. Das ist eine schlechtere Option, aber so sind alle anderen. Ja, gut, dass wir das Mikrofon angelassen haben. Das macht Mut. Wie man viel sagt und nichts sagt, anfangen, aufhören, wieder anfangen, wieder aufhören. Was meinst du, Ossl? Ach, über das COM-Gerät eben, okay. So, wir brauchen Silber, es hilft nichts. So, jetzt könnte ich ja gucken. Okay, wir müssen hier eher so Richtung Norden. Diese Richtung hier. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Karte da auch genordet ist. Ich schwimme jetzt auch mal ein bisschen langsamer, damit wir hier noch Blasenfische mitkriegen. Was ja durchaus wichtig ist. Seegleiter-Fragment. Ach, Leute. Ich brauche die. Ja, auf jeden Fall Behemoth, das ist echt hilfreich mit dem Web-Mod. Das war auch nochmal ein guter Hinweis. Nochmal danke dafür. Sonst, ich hätte nicht gedacht, dass es Mods für dieses Spiel gibt. Oder, weiß nicht, hätte ich sonst nie nachgesucht. Und das hilft ja durchaus. Gerade bei meinem Orientierungssinn. Ist es ja, glaube ich, dann doch ganz gut. Oh, da kam es sogar nicht klar. Okay. Xandoia, einen schönen guten Abend. So, so ein paar Blasenfische haben wir jetzt ja immerhin schon mal wieder gefunden. Da ist noch einer, da ist noch einer. Komm, komm. Nicht weg. Komm. Und da unten noch einer. Dann habe ich erstmal wieder vier. Und noch so einen Raubfisch am Hintern. Ach, so. So, relativ neu bin ich in Zapnautica. Also, ich habe schon zweimal angefangen. So für mich. Habe aber jeweils nie sonderlich weit gespielt. Und jetzt ist der Versuch, es dann so einmal durchzuspielen. Und vielen Dank für den Follow. Also, ich sage mal so, so am Anfang, was man so machen kann, das kenne ich. Aber der Punkt, den ich dann nicht mehr kenne, ist, glaube ich, auch relativ bald erreicht. Und es wird schon wieder dunkel. Ein Speedrun zu Zapnautica-Seuche? Okay. Verrückt. Wie lange hat der gebraucht, oder die? Wie lange braucht man, um das hier... Schubkanon-Fragment, das will ich haben. Beiß mich nicht, beiß mich nicht, beiß mich nicht. Danke. Danke. In der Bug-Region des Schiffes gibt es spektakuläre Fauna, musste... Ja, gucke ich mir vielleicht... gucke ich mir bestimmt mal an China, aber jetzt wohl eher... Noch nicht. Jetzt erst mal Silber suchen. Man tastet sich ja langsam voran, ne? 46 Minuten 13, okay. Spannend. Was war das jetzt? Kupfer? Kupfer haben wir schon so viel. Gefühlt bin ich hier schon wieder falsch. Schnellste, den ich mal gesehen habe, waren 45 Minuten. Ja, das ist ja meistens bei Speedrun so, dass das Spiel dann... Es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man es so schnell spielt. Also gerade so ein Survival-Spiel lebt ja auch eher davon, dass man es gemächlich spielt. Genau, also Erkunden ist hier... Das ist einfach... Gehört hier auf jeden Fall dazu. Ressourcen sammeln gehört natürlich genauso dazu. Ertrinken genauso. Dann kann ich oben gleich mal gucken. Ob wir hier schon... Silber gefunden haben und es sieht mir nicht danach aus. Ach, nur Titan. Den Föhn unter Wasser nicht aktivieren. Außer, ja, das... Wäre ganz gut, ne? Und willkommen zurück, Smoo. Tatsächlich bin ich bisher noch gar nicht gestorben. Noch... Habe ich es geschafft. Oh. Aber ich habe noch kein Silber gefunden. Ah, das war wieder keiner. Es ist auch wieder nicht so ganz das Biom, wo ich hin will. Dann doch eher wieder ein bisschen südlich halten. Das ist auch wieder nicht das Richtige. Warum? Hier wird es wahrscheinlich... ...kein Silber geben. Das war doch hier in dem Bereich. Föhn. Nein, ich habe keinen Föhn. Wie viel Wasser habe ich noch? 17. Oh, verdammt. Ich fürchte, ich muss erst mal nachts zu Hause. Ich muss erst mal nach... ...zurück nach Hause fahren und dann... ...einmal trinken und dann müssen wir wieder zurück... ...Silber sammeln. Schade. In der rechten Hand. Das war eine Taschenlampe. Aber stimmt, sie hat ein bisschen was vor dem Föhn. Äh... So ungefähr. So ungefähr. Jetzt nicht mehr. Achso, ist leer. Einmal Batterie wechseln. Äh... So. Der Selbstscan. Dem geht es bestimmt gut. Können wir auch nochmal machen. Gesund. Alles gut. Noch. Ne. Nahrung. Wasser. Was braucht man eigentlich hier? Chlorbleiche. Klingt nicht sonderlich gesund. Noch. Noch gesund. Okay. Mal gucken. Erstmal muss ich trinken. Vital Signs stabilisieren. So. War eben alles weggeschlürft. Dann haben wir da zumindest... Erstmal Ruhe. Habe ich noch nicht mal mehr was zu essen? Ich habe keine Fische mehr. Die habe ich doch eigentlich nicht reingepackt, oder? Ne. Tatsächlich nicht. Also Fische sammeln ist auch wieder notwendig. Nicht veganes Wasser. Ja. Stimmt. Unser Wasser ist nicht vegan. Es sterben Fische. Das ist ein Problem. Dem bin ich mir bewusst. ein LP zu Battlefield. Ne. Solche. Ausnahmsweise nicht. Ich habe tatsächlich... Stimmt. Ich habe die Nährstoffblöcke noch. Die könnte ich auch noch essen. Aber die hebe ich mir auch für schlechte Zeiten. Wenn dann wirklich mal Not am Mann ist. Aber klar. Die könnte man auch noch mal essen. Die nehmen ja auch nur Inventarplatz weg. Battlefield habe ich tatsächlich nie irgendein Teil gespielt, solche. Noch nie. Kein einzigen. So. Die Flamme hier. Das muss erst mal reichen. Es gibt auch die indirekte vegane Wassermethode. Okay. Uff. Ich kann nichts gegen Battlefield sagen. Solche. Äh. Solche. Smooth. Wenn ich noch nie eins gespielt habe. Ja. Stimmt. Empyreion war ja auch irgendwann mal angedacht. Ossl. Das ist richtig. Irgendwann und so, ne? Bin ich jetzt hier richtig? Ich bin doch schon wieder viel zu weit. Das war doch hier bei dem. Ich mache mir den nochmal wieder an. Oh. Veganes Wasser, Regen. Ich glaube, es gibt ja später noch irgendwie eine Entsalzungsanlage oder so. Salz mit einer Scheibenmuschel zu Chlorbleiche und das einer Chlorbleiche zwei Wasser machen. Ah, okay. Hier ist den falschen. Ich habe den falschen angemacht. Ach, dann war das da unten die ganze... Und ich fliege hier oben rum. Ist ja kein Wunder, wenn ich hier immer falsch bin. Okay. Das könnte man natürlich auch machen. Salz habe ich sogar noch übrig. Scheiben. Aber Scheibenmuscheln, wo findet man denn so was? Ja, die Aurora ist schon hochgegangen. Wir haben jetzt zuletzt die Nachricht bekommen, dass man bemüht ist, uns irgendwie zu holen. Allerdings waren sie nicht sehr optimistisch. So. Das hoffe ich mal, dass wir jetzt hier... Schöne Zeug finden. Ja, finde ich auch, Ossel. Das Wasser, das haben sie echt super hingekriegt. Gut, ist in so einem Spiel ja auch wichtig, dass du es vernünftig schaffst. Weiß ich nicht, Ossel. Vielleicht hast du da nicht aufs Wasser geachtet, weil man das ja auch so als... ...selbstverständlich ansieht. Okay. Könnte man natürlich auch mal hier runter in die Höhle. So. Kupfer. Aber ich hätte gern Silber. Hier ist doch bestimmt ein bisschen Silber für uns dabei. Nee. Nee. Kupfer. Titan. Oh, was wir hier an Titanen gefunden haben, das ist ja... ...unglaublich. Kupfer. Gleich muss ich... Gleich muss ich... Ich hab nur noch Platz für zwei Silber. Verdammt. Muss ich gleich Titanen wegschmeißen. Mach ich auch nicht so gerne Sachen in einem Survival-Spiel wegschmeißen. Ich finde, da bleibt mir gleich nichts anderes übrig. Kiste ist ja auch voll. 30 Sekunden. Die Lungen sind leer. Ja, eine Kiste könnte ich auch mal bauen. Das stimmt. Aber ich hab eigentlich die Hoffnung, dass ich es bis zu den Schränken schaffe. Ach, man kann die Brocken scannen und dann weiß man, was drin ist. Okay. Brauchen wir natürlich erstmal noch einen Brocken. Ach so, dann weiß man nur, was drin sein kann. Ja. Aber in dem Biom hier hab ich jetzt ja schon Silber gefunden. Das heißt... Ich weiß ja schon, dass hier Silber drin sein kann. Äh... Das weiß ich ja, dass da Silber drin sein kann. Das Problem ist gerade noch eher... Dass keins kommt. Na gut, das können wir hier mal. Sandsteinbocken. Äh, das Knarro. Brotgabe. Sandstein. Äh... Ja, Blei, Silber, Gold. Ja. Gold. Verdammt. Silber. Blei. Ja, dann lass ich jetzt halt Sachen liegen. Das ist dann halt so. Kupfer. Silber. Silber sind in den bräunlich-runden. Okay. 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 60 seconds. って più. Ja.